Kapitel 38 Mr. und Mrs. Malfoy Draco legte den Brief zur Seite und nahm sich noch einen Kaffee. Hermine sah auf den Brief. Äh, willst du ihn nicht lesen? Ehrlich gesagt nicht, antwortete er. Sie ging zu ihm und setzte sich. Draco, was ist eigentlich zwischen deinen Eltern vorgefallen? Er stellte seinen Kaffee hin. Das ist eine lange Geschichte, Hermine. Es ist viel passiert. Als Hermine nach seiner Hand griff, kam Scorpius nach unten. Papa! Was ist los, mein Schatz? fragte er. Ich habe keine Tinte mehr, sagte er. Wieso sagst du, dass er es jetzt? hakte er nach. Scorpius sah nach unten. Ich habe es vergessen. Na dann, müssen wir nochmal schnell in die Winkelgasse. Holst du deine Tasche? sagte er. Scorpius nickte und rannte in sein Zimmer. Draco zog Hermine an sich ran. Kommst du mit? Ja, antwortete sie und küsste ihn leicht. Hermine fiel ein, dass sie noch den Anhänger von Scorpius hatte. Scorpius kam nach unten und Hermine gab ihm den Anhänger wieder. Du kannst ihn behalten, Hermine. Ich habe ihn dir doch geschenkt. Sie lächelte ihn an. Danke, mein Schatz. Als sie in der Winkelgasse ankamen, erblickte Hermine in einem Schaufenster einen kleinen Rennbesen. Ich gehe mal kurz da rein. Draco nickte ihr zu und ging mit Scorpius in den Scribulus-Schreibwaren-Geschäft. Nach einem kurzen Augenblick kamen beide wieder aus den Geschäften. Was gefunden? sagte Draco. Hermine nickte und kninte sich zu Scorpius herunter. Hier, mein Schatz. Das möchte ich dir schenken. Der kleine saaten Anhänger. Oh, der ist schön. Danke, Mami. Ihre Augen weiterten sich, als Scorpius sie Mami nannte. Sie sah Draco an und er lächelte ihr zu. Draco legte einen Arm um sie und gemeinsam schlenderten sie noch durch die Winkelgasse. Als Hermine die ganzen Geschäfte sah und auch viele Schüler, die noch Sachen kaufen, kamen ihr die Erinnerungen hoch. Weißt du noch, was wir in dem Alter waren? Draco nickte und lächelte. Oh ja, das waren Zeiten. Damals habe ich dich gehasst und jetzt kann ich mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Er legte ihren Arm um ihre Talia. Ich ohne dich auch nicht mehr. Hermine sah auf ihre Uhr und es war Zeit, zum Bahnhof zu fahren. Draco, wir müssen langsam los. Es ist schon 13 Uhr. Scorpius, kommst du? Wir müssen langsam zum Bahnhof, rief er. Als sie dann am Auto waren, stiegen sie ein und fuhren nach King's Cross. Sie warteten, bis der Zug einfuhr, um sich zu verabschieden. Scorpius stieg ein und winkte zum Abschied. Tschüss, Papa! Tschüss, Mama! Die beiden winkten zurück und warteten, bis der Zug abfuhr. Als diese aus ihrem Sichtfeld verschwunden waren, liefen sie zum Auto. Hermine brannte etwas auf der Seele. Du, Draco, findest du es nicht schlimm, wenn Scorpius mich Mama nennt? Er sah sie an. Wieso sollte es? Stört es dich? Nein, aber ich dachte wegen Astoria? fragte sie nach. Draco nahm ihre Hand. Scorpius weiß, wer seine Mutter ist, und wenn du nichts dagegen hast, habe ich auch nichts dagegen. Sie lächelte, und die beiden stiegen ins Auto ein und fuhren nach Hause. Als sie zu Hause ankamen, sah Draco wieder diesen Brief und auch Hermine sah ihn. Mach ihn auf, was soll schon Schlimmes drinstehen? Er sah Hermine an, die gerade dabei ist, sich etwas Trinken zu holen. Na gut. Er öffnete den Brief und las ihn vor. Mein geliebster Sohn, ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei dir entschuldigen, dafür, dass unsere Handlungen so außer Kontrolle geraten sind. Wir wissen, dass wir das alles nie wieder gut machen können, aber ich dachte, diesen Brief wäre ein Anfang. Du hast das Recht, wütend auf uns zu sein, und wir haben auch jegliche Verantwortung für unser Handeln übernommen. Wie du dir sicherlich denken kannst, schreibe ich dir nicht ohne Grund. Du weißt, dass sein Vater am Mittwoch Geburtstag hat, und ich würde mich freuen, wenn du über deinen Schatten springst und uns besuchst. Es ist schon so lange her, Draco. Jedes Mal, wenn ich dein Zimmer betrete, denke ich, dass alles in Ordnung wäre, aber dann fällt mir ein, dass es nicht so ist. Bitte, mein Sohn, überlege es dir. Wir lieben dich doch so sehr, deine Mutter. Draco verdrückte den Brief etwas und schüttelte den Kopf. Wieso jetzt? Nur, weil mein alter Herr Geburtstag hat? Hermine ließ sich die Worte von seiner Mutter durch den Kopf gehen. Ich weiß, dass es ihr nicht leicht gefallen ist, diesen Brief zu schreiben. Sie ist deine Mutter, Draco. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber es tut ihr leid. Draco sah sie an. Naja, eigentlich hat meine Mutter an dieser Sache keine Schuld. Mein Vater war der, der mich vor Voldemort nicht beschützt hat. Meine Mutter war dagegen, aber er... Er wollte Macht. Ich hatte keine Wahl. Ich weiß, Draco, aber das ist lange her, sagte sie und legte ihre Hand auf seine. Hermine, ich weiß nicht, wenn ich dich das jetzt frage, wie du darauf reagierst, aber würdest du mich begleiten? fragte er. Ins Manor? Zu deinen Eltern? fragte sie verdattert. Er nickte. Ja, also, nur wenn du willst. Ich weiß ja, was dir da passiert ist. Die Brunette atmete aus. Ja, ich komme mit. Ich meine, schlimmer als damals kann es nicht werden. Kannst du dir für den Mittwoch freinehmen? Wollte er wissen. Sie zog dir mit den Schultern. Ich weiß nicht, aber ich denke schon. Ich werde morgen gleich mal fragen. Am nächsten Morgen fragte Hermine wie versprochen ihr den Chef nach dem freien Tag. Diese bewilligte ihn ohne Probleme. Sie hatte gerade Pause und rief Ginny an. Hallo Ginny, wie geht es dir? Hallo Mine, gut, und dir? Gibt es etwas Neues? fragte sie. Naja, geht so. Draco hat einen Brief von seiner Mutter bekommen, in dem sie sich für alles entschuldigt und ihn zum Geburtstag seines Vaters eingeladen hat. Und er hat mich gefragt, ob ich mitkommen will, erzählte sie. Oh Mine, meinst du, dass es eine gute Idee ist? Ich meine, wir wissen, wie sein Vater auf dich zu sprechen ist und vergiss nicht, was dir dort angetan wurde, antwortete sie. Ich weiß, Ginny, aber ich habe es ihm versprochen und ich will auch nicht, dass er alleine dahin geht, sagte sie. Ich verstehe dich ja. Es ist deine Entscheidung und bist ja bei ihm in Sicherheit. Und nimm deinen Zauberstab mit, ja? Man weiß ja nie, antwortete sie. Hermine sah auf die Uhr und sie musste wieder rein. Ich muss wieder arbeiten. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sie verabschiedeten sich und legten auf. Hermine schrieb Draco noch schnell eine Nachricht, dass sie am Mittwoch frei hatte. Die nächsten Tage vergingen schnell und es war Mittwoch. Hermine war aufgeregt und hatte auch ein wenig Angst. Draco, was ist, wenn dein Vater das mit uns nicht akzeptiert? Selbst wenn es so sein sollte, wäre es mir egal. Ich muss dich lieben, nicht er, antwortete er und küsste sie sanft auf die Stirn. Und was soll ich anziehen? fragte sie nach. Draco holte was aus seinem Schrank. Ich habe was für dich. Er reichte ihr ein langes, rotes Chiffonkleid mit kleinen Raffungen. Es war ärmellos und auf der Brust mit kleinen Straßsteinen verziert. Sie sah das Kleid und es war wirklich wunderschön. Wo hast du das schon her? Ist doch egal. Es ist hier und es gehört dir, antwortete er. Ich mache mich fertig, sagte sie und lächelte ihn an, als sie das Kleid nahm. Es vergingen ein paar Minuten, bis sie aus dem Bad kam. Er hörte die Tür und sie trat heraus. Wie sehe ich aus? Traumhaft schön, sagte er und küsste sie. Sag mal, was wollen wir deinem Vater eigentlich als Geschenk mitbringen? hakte sie nach. Ich habe schon was. Eine seltene Flasche Feuerwhisky mit einem besonderen Geschmack, den mein Vater gerne trinkt, antwortete er. Die Brünette nickte, zog sich ihre Schuhe an und legte noch die Kette um, die ihr Draco damals geschenkt hatte. Ich bin dann soweit. Gut, wir müssen auch langsam los, sagte er. Sie gingen zum Auto und fuhren zum Manor. Dort angekommen, fuhr Draco durch das riesige Eisentor bis zum Eingang vor. Er stieg aus und half Hermine aus dem Auto. Ihre Hand zitterte und das entging ihm nicht. Keine Angst, es wird schon alles gut gehen. Sie gingen Hand in Hand zur Haustür und Draco klingelte. Bibel, der Hauself, öffnete die Tür. Bibel freut sich, dass Miss Malfoy Junior gekommen ist. Hallo Bibel, sagte er und trat an dem Elf vorbei. Bibel sah Hermine an. Was für eine hübsche Frau. Bibel mag dich. Vielen Dank, Bibel, antwortete sie. Bibel schloss die Tür und führte die beiden in den großen Salon, der Hermine nur allzu gut kannte. Draco hielt den ganzen Weg über ihre Hand, um ihr Sicherheit zu geben. Bibel öffnete die Salontür. Bibel hat Miss Malfoy Junior mitgebracht, in einer wunderschönen Begleitung. Seine Mutter kam auf Draco zu, ohne Hermine gesehen zu haben. Draco, mein Junge, du bist wirklich gekommen. Ich freue mich so. Ja, Mutter, lass gut sein, antwortete er. Hermine stand hinter Draco, denn als sie seine Mutter sah, bekam sie doch etwas Angst. Mutter, ich will dir jemanden vorstellen. Ihr kennt sie bereits, sagte er und trat beiseite, dass seine Mutter Hermine sah. Narcissa sah Hermine, die sie leicht verunsichert ansah. Miss Granger, richtig? Hermine nickte leicht. Ja, Mrs. Malfoy. Narcissa reichte Hermine die Hand. Narcissa, Mrs. Malfoy klingt so ernst. Hermine nahm ihre Hand. Hermine, es freut mich. Als Dracos Vater die Wendeltreppe herunterkam, bekam es Hermine mit der Angst zu tun. Er sah noch immer so furchterregend wie damals aus. Was habe ich gerade gehört? Mein Sohn ist wieder da? Ja, mein Schatz, und dazu noch in Begleitung, sagte Narcissa. In Begleitung? fragte er. Als er näher kam und Hermine sah, gefrohr sein Lächeln. Was macht sie hier? Hermine zuckte bei seiner Stimme zusammen. Draco trat nach vorne, um Hermine auf der Schusslinie zu nehmen. Hermine ist meine Freundin. Lucius stampfte mit seinem Stock auf. Bist du komplett verrückt geworden, dieses Schlammblut hierher zu bringen? Nenn sie nicht so, fauchte er zurück. Was willst du mit so einer? Sie ist nichts wert und wird es auch nie sein, sagte er abwertend. Lucius, bitte, Draco ist unser Sohn. Die Feindschaften sind vorbei, sagte Narcissa. Lucius drehte sich um und ging zu seinem Stuhl. Schlammblüter bleiben Schlammblüter. Narcissa ging einen Schritt auf ihn zu. Lucius, muss das wirklich sein? Narcissa, ich diskutiere nicht darüber. Dass so etwas überhaupt nach Hogwarts durfte, ist mir heute noch ein Wunder. Und dass so etwas zaubern darf, auch, antwortete er. Vater, ich glaube, es reicht jetzt, zischte Draco. Ach, willst du mir drohen? Ich war so froh, als du Astoria hattest, aber leider musste sie ja von uns gehen. Sie war so eine tolle Frau für dich, sagte er. Vater, fauchte Draco. Lucius, das musste jetzt nicht sein, sagte Narcissa. Lucius lachte. Ich sage nur die Wahrheit. Sie war halt die beste Frau, die Draco jemals hätte haben können. Hermine liefen ein paar Tränen herunter und eine fiel auf Dracos Hand. Er drehte sich zu ihr und sah, wie sie sich Tränen unterdrücken musste. Hermine? Auch Narcissa sah dies. Hermine, es tut mir so leid. Sie riss sich von Draco los und rannte davon. Draco sah ihr nach und dann zu seinem Vater. Also toll gemacht, Vater. Er rannte ihr nach und ließ seine Mutter zurück. Lucius, du bist zu weit gegangen. Wirklich, das musste nicht sein. Was willst du von mir, Narcissa? fragte er nach. Narcissa ging zu ihm. Erinnerst du dich noch daran, als wir uns kennenlernten? Was hat das damit zu tun? Wollte er wissen. Wir konnten uns auch nicht leiden. Du hast mich sogar noch mehr gehasst, als ich dich. Ich habe mich am Ende damit abgefunden, dich heiraten zu müssen. Aber du hast dich bis zuletzt dagegen gewehrt, bis du mich richtig kennengelernt hast. Wir haben uns am Ende auch verliebt und wurden glücklich, erklärte sie. Der einzige Unterschied ist, dass wir beide Reinblüter waren, und sie ist nun mal keines, antwortete er. Lucius, wir leben in einer neuen Zeit. Es ist doch egal, ob Mensch, Halbblut oder Reinblut. Hauptsache, man ist glücklich, sagte sie. Narcissa, sagte er. Lucius, versuch wenigstens, sie kennenzulernen, antwortete sie. Es war nicht seine Art, nachzugeben. Aber in einem hatte seine Frau recht. Er hatte sie auch früher gehasst und hatte ihr auch die Chance gegeben. Warum sein Sohn sie liebte, wusste er ja nicht. Na gut, ich gebe ihr die Chance. Narcissa war froh, dass sie ihn umstimmen konnte. Nur musste sie jetzt Draco und Hermine finden.